hi leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming meets reality mit dabei ist der volker wieder. moin sind. ja so wie das wetter heute. ja richtig weihnachtlich hier. ja morgen ist es ja schon soweit so aber an dieser stelle muss ich erst mal ein shoutout machen. weißt du auch an wen? nee. echt tot. ja danke an echt tot. echt tot vielen dank. ich hoffe du schaust die folge. riesen shoutout herzlichen dank. eine halbe stunde oder eine stunde vor aufnahmebeginn hat er uns mal eben das savegame gefixt das ich irgendwie zerstört hatte. daher vielen 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 dank. sonst wäre die aufnahme und diese woche keine aufnahmen. das wäre doof. jo. daher herzlichen dank. an echt tot. so. und natürlich auch an den jürgen racex und den marlon neumann. weil die haben auch probiert da zu reparieren. ja kein thema. gut. so. ja. was kriegst du denn für die reparatur? äh. das war einmal ausbeulen. wechseln. nachlackieren. äh. 1.100. halt. du immer mit deinen freundschaftspreisen. ähm. komm. hä? ja komm ist weihnachten. 1.1. ja. ja okay. vielen vielen dank. so. jo. danke. gut dann. weit noch rüber an die stadt. mach ich mich gerade mal auf den weg. äh. und fahr wieder nach haus. ne? jo. äh. ich guck mal ob noch gras da liegt. müsst ihr eigentlich noch. gell? äh. ja. naja. da schnurrer wieder wie ein kätzchen. okay. gut. dann bis später. tschö. jo. bis später. äh. äh. was ist denn hier los? jürgen? jürgen? ja. äh. äh. okay. so wie es bei dir aussieht, hast du das gleiche problem. ja. komisch. ich speichere mal grad. was? äh. 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 geht's? ah, jetzt geht's, oder? ne. geht's schon weit? geht's schon los? ja, ja. ja, klar. ist das denn? polka. ich habe keine ahnung. sieht ein bisschen komisch aus. ja. ähm. in einem moment, lass mir mal kurz was überlegen. vielleicht weil... ich ruf mal ganz kurz das U an, ja? ja. ja. naja, wir probieren mal hier äh irgendwie vorwärts zu kommen. vielleicht regelt sich das im Laufe der Aufnahme noch. ist aber ein bisschen merkwürdig, dass es jetzt so laggt. was sagen die FPS? also ich sehe die gar nicht. ja, warum werden mir keine FPS angezeigt? ach so, moment. ich weiß nicht, ob das dann da am Regen liegt, aber kann ja eigentlich nicht sein. yo, Jürgen. hast du schon was rausgefunden? nee, keine ahnung. was da los ist. okay. äh, ich muss mal grad hier, ich glaub, der... ja, ja, das ist... der Neumann. sag Bescheid, wenn du was hast, ne? jo. hallo. 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 bist du das? ja. was passiert? äh... airbag ist ja ausgelöst hier. ja. hast aber Glück gehabt, ne? ja, aber... okay. äh, alles gut bei dir? äh... okay, weil du bei mir Dauer läufst. hallo. hab Internet, oder? ich meine... nee, das ist... ist heute irgendwie... komisch. okay. ähm... hallo? ja. ähm, hier steht noch jemand rum. wer ist denn das? ähm... was machen wir hier mit deinem Auto? so. sehr süß. naja, auch... man... ich habe eigentlich 30 FPS. ich weiß gar nicht, weshalb das... weshalb das so komisch ist. also wir haben gerade irgendwie Probleme. ich meine, ihr seht's ja auch. ähm... das... ja, übelst. aber ich weiß nicht warum. ich habe 30 MS und... und... eigentlich 30 FPS. ja, ich hatte auch 26 MS. seid normal. das ist merkwürdig. ich guck mal grad. vielleicht liegt das... ich bin mir nicht sicher an der Umstellung. wir haben ja theoretisch per... ähm... Seasons... Frühling. aber wir könnten eigentlich ernten. das macht's wahrscheinlich. anscheinend. also wir haben da ein bisschen... was gecheatet. Alter, es regnet den ganzen Tag. ich glaube ich spinn. äh... warte mal. so... ich weiß nicht woran es liegt. wir haben ja hier... ach ne... ist sogar auf 9 Tage eingestellt. äh... so... ich habe jetzt mal auf 3 Tage gestellt. oh... Regen hat aufgehört. das ist ja sinnvoll. mh... mh... ok... wir können auch ernten. die nächsten Tage sind... gutes Wetter. so... Hans... was machen wir mit deiner Karre? soll ich die mal auf die Seite schieben? Schieb dem... das Problem ist... der Abschlepper steht so weit weg. kannst du mich vielleicht mitnehmen zum... Ja, aber ich würde erstmal die Straße freimachen. Deshalb vielleicht kurz leicht dagegen fahren. Wenn das okay ist. Ja, klar. Ja, jetzt muss ich so liegen bleiben. Okay, das geht nicht. Wie weit kann ich noch? Moin. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Schneller geht es sowieso nicht. Jetzt. Hans, was ist denn hier passiert? Was soll ihm passiert sein? Gut, soll es passen erstmal. Was machst du denn immer? Ach. Weiß auch nicht. Schlepp das ab, ne? Ach. Du willst abschleppen? Ja, mega. Wenn Hans hat will, kann er das auch machen. Nein, ich wollte es. Ich soll den gerade zum Abschlepper fahren. Ja, dann mach das so, weil dann kann ich mich um den neuen Polizisten kümmern. Was für einen neuen Polizisten. Ja, wir haben einen neuen. Okay. Wo kommt der her? Keine Ahnung, der wird vom, äh, vom Lande geschickt. Okay. Na gut, äh, Hans, wo müssen wir hin? Äh, Hans? Äh, das war geradeaus, ja? Stellst den einfach auf den Parkplatz draußen. Oder willst du den machen? Nein, da ist, ich. Wenn der nicht hier dran ist, brauchst du ja nicht mehr drinnen. Okay. Okay, ciao. Ciao. Ähm, bewegen wir uns gerade mal in Warte-Warn? Ja. Jetzt mal den Franz Peter ab. Ich und mein, ich und mein Deutsch, mein Deutsch, ich und mein Deutsch, ich und mein Deutsch. Heuzi, heuzi, Deutsch, ich und mein Deutsch, ich und mein Deutsch, ich und mein Deutsch, ich und mein Deutsch. Also, nimm mal ab, das ist ja lästig. Ja. Hallo, Herr Peter, ich hab gehört, Sie hatten einen Unfall oder Sie brauchen den ADAC. Tut's auch in Feuerwehrwagen? Ja, und dann, natürlich, klar, immer. Ich komm, äh. Och. Brauche nicht. Wenn Sie Ironie... Komm, es kommt vorbei. Ironie, Hashtag Ironie. Ich komm trotzdem. Dann. Machen Sie es gut. So. Alter, Alter, das mit dem Geruckel, das ist ja übel heute. Das ist richtig übel. Aber dafür kann man relativ gut fahren. Ich hab sogar inzwischen fast auf 40 kmh, ne, 50 kmh geschafft. Äh, wo muss man eigentlich hin? Ich sag dir, wann wir öffnen. Wer soll's mir vorher sagen? Also, jetzt hier rechts in der... Alter, lol, ey. Was ist da los? Also, so will ich eigentlich keine zwei Stunden aufnehmen. Nö, das ist... Nö, ich hab's gelesen. Komm grad an. Aber das kann eigentlich nicht sein. Ich hab... Ich hab keine Ahnung. Aber das bringt das so bestimmt durcheinander. Weil das eigentlich Schüling ist, aber wir ernten können. Das könnte sein. Äh, kannst du mal in die Lok schauen, ob da irgendwas ist? Mhm. Äh. So, wohin? Äh, geradeaus. Okay, Harry kommt von rechts. Jetzt... 3D... Also, wir haben... 2 neue Mods mit drauf. Und jetzt da rechts, was ich hinfah. Okay. Ach, da der... Der kleine gelbe. Nö, aber ist... Ich hab jetzt keine Fehler von... Jetzt... Also, die... Luacos 6, wie wir... Was ist drin? Luacos 6. Ja, wir gucken gleich mal. Ich würd den lieber sogar jetzt mal starten. Weiß... Also, bringt das... Äh... Äh... Okay, es ist, äh... Unspielbar eigentlich so. Die Änderungen, die wir gemacht haben am Server... Sind eben... Sind eben... Gerade die 2 neuen Mods... Daher wird man die einfach mal runternehmen und gucken, ob's dann geht. Hey, der... Dass da ein neuer Polizist im Lande ist, das macht mir irgendwie Panik. Da muss man richtig, äh... Ordentlich fahren. Aber vielleicht liegt's auch an dem Seasons Ding. Ich weiß es nicht genau. Äh... Äh... Müssten wir einfach dann... Mal testen. Ich mein, ich komm jetzt... Inzwischen fast mit 60 kmh ruckelweise vorwärts, aber trotzdem... Ist ja... Ähm... Nicht Sinn der Sache. Alter, das ist... Unglaublich. Ja, und jetzt häng ich natürlich auch wieder fest. Okay, Leute. Wir starten den Server jetzt neu. Und dann... Ähm... Gucken wir mal, ob wir denn die Legs wegkriegen. Bis gleich. Oder bis morgen. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. ensures... So. Okay. So.